Musik Mein Name ist Moni und ich bin hier die Leitung vom Naturkindergarten und den Naturwichteln. Unser Naturkindergarten, den gibt es schon fast 20 Jahre und hier seht ihr die Naturwichtelgruppe. Das ist unsere Kleingruppe, die gibt es jetzt hier gerade erst ein halbes Jahr. Das Spiel im Naturkindergarten bei uns hat den Vorteil, dass die Kinder automatisch hier naturwissenschaftliche Zusammenhänge erfahren und mit der Natur oder in der Natur einfach sich erleben. Musik Im Naturkindergarten sind wir natürlich hauptsächlich draußen, das heißt die Kinder spielen im Wald und auf den Wiesen, sie klettern auf Bäume und sie verbringen eben ihre Freizeit im natürlichen Spiel draußen. Aber wie sie hier auf dem Platz aussehen, gibt es natürlich auch nicht genauso die Möglichkeit, hier zu kochen, zu werken, zu schnitzen und wenn es eben auch kalt ist, dann eben sich zurückzuziehen in den warmen Schutzwagen. Und da ist es schon ein großer Vorteil, dass wir hier von der Firma Tiny House diese wunderschönen Schutzwägen haben, können auch mal eine Geschichte hören oder gemeinsam singen oder basteln, können sich also hier im Laufe des Vormittags auch mal ausruhen und auch aufwärmen. Musik Von der Planung bis zur Entstehung hier von der Wichtelgruppe haben wir ungefähr ein Jahr gebraucht, bis die Wäge hier sozusagen geliefert worden sind. Musik Ja, bei uns versuchen wir natürlich auch im Naturkindergarten so ressourcenschonend umzugehen mit allem und da sind wir schon froh, dass da auch ein Partner entstanden ist, der auf sowas auch achtet. Musik Musik Ich hoffe, ihr habt Spaß bei uns und habt gesehen, wie schön die Kinder es bei uns haben. Tschüss! Musik 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 Musik